Wie du meinst, verankt. Außer Gott, das gehörte dem letzten Menschen, der mir die Gefolgschaft verweigert hat. Manchmal sind sie sogar nützlicher als die Menschen, die sie hier hören. Jetzt hast du was, hab ich dich verstanden, Mallorca! Du bist Kamm! Ja, und der Vogelmensch hat dich ganz zufällig am Leben gelassen. Du hast dir das doch hoffentlich nicht bloß ausgedacht, um deinen Arsch zu rennen. Ich denk mir doch sowas nicht aus. Ich bin ja nicht so verdreht wie du und deine Schwester. Ja, schön. Ein Mann und ein Vogel. Was für eine rührende Geschichte. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mmh.